Kridem hat sein erfolgreiches 22,5 mm Industriegehäuse für die Schalttafel und DIN Schienenmontage überarbeitet. Die neue Nova 22 Serie. Die kompakten und leistungsstarken Nova 22 Halbleiter Relais bieten zuverlässige Leistung mit den höchsten Nennwerten im Vergleich zu anderen Relais ähnlicher Baugröße. Der standardmäßig integrierte Überspannungsschutz und der außergewöhnlich hohe I²T-Wert ergeben eine robuste Halbleiterschaltlösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die Nova 22 Relais bieten zahlreiche Anschlussoptionen. Die Modelle für die DIN Schienenmontage sind in Standard-Relais-Konfiguration sowie in einer neuen Schaltschützkonfiguration für größere Leiterquerschnitte erhältlich. Das optimierte mechanische Design des Nova 22 verfügt über innovative Elevator-Schrauben, die die Verwendung von Ringkabelschuhen unter Aufrechterhaltung der Gehäuseschutzart IP20 ermöglichen. Die schnell und einfach zu installierenden Steckverbinder für den Steuereingang, wahlweise mit Standard-Schraubklemmen oder Zugfederklemmen, ermöglichen flexible Eingangskonfigurationen. Nova 22 – überragende Leistung und unübertroffene Vielseitigkeit durch Innovation.